Hallo, ich bin Patrick Lobacher, ich bin Mitglied des TYPO3 Zertifizierungsteams und ja, wir haben hier auf dem TYPO3 Barcamp in Stuttgart bei über 30 Leuten die Zertifizierung abgenommen und war recht spannend. Die Leute waren aufgeregt, haben viel gelernt, haben natürlich vorher gefragt, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Es ist relativ wichtig, die Zertifizierung denke ich, weil damit zeigt sich, wie die Leute einfach mit TYPO3 umgehen, wie viel Erfahrung sie haben, wie viele Projekte sie schon eventuell gelöst haben. Es geht also nicht ums Lernen, ums Auswendiglernen, sondern wirklich ums Kapieren, um die Erfahrung sammeln und das ist auch natürlich für Arbeitgeber wichtig, weil sie dann das besser einschätzen können und sagen, ja, der hat einfach die Erfahrung, der weiß, was er da macht, der hat die Zertifizierung eben bestanden und deswegen kann man eben entsprechend einstellen als Integrator und ja, weiß dann einfach Bescheid über seine Kenntnisse und damit ist es auch so eine gewisse Planungssicherheit und natürlich für einen selber ist es wichtig, weil man seinen Marktwert einfach schlicht erhöht. Also in Gehaltsverhandlungen kommt es immer ganz gut, wenn man sagt, ja, du, pass auf, ich habe hier diese Zertifizierung gemacht, ich habe mich da bemüht, habe das gelernt und habe das bestanden und ja, sind wir schon mal gespannt, wie viel von denen 30 oder über 30 bestanden haben, aber ich denke mal, das werden die überwiegende Mehrzahl sein.